Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier aus Lützerath am Dienstag, am 10. Januar. Die Polizei hat heute schon einige Vardekade gearbeitet. Vier in den Anstag, in den Wellenburg, in den Ostensweig und hier in Lützerath ranzukommen. Da reinkommen, dann werden die nicht heute, das wurde schon von der Polizei auch formal gesagt. Und heute wurde erweigen, dass die Straßen freigeräumt werden. Das gute heute ist, dass es keine Steine gibt. Das läuft schon seit heute Morgen. Für die Serie ist keine Steine geflogen. Alles Alle Ich finde meine Tripots aus der Konstrukturen wie Bambus wo eine Person sich da denkt, oder besser gesagt, da schaukelt. Ich bin da jetzt, zum Beispiel. Die wurden in der Anzahl schon drei geräumt. Die andere Seite ist hier drin. Das kann man nicht sagen. Das ist ein bisschen verstärkt, hier ist momentan. Bereit wirdOMAN 1,7 Meter der Kamm von den Kamm zu machen. Die haben das Drei-Abergebäude. Die sind hier der Kamm aus der Kamm zum Ausland. Die sind hier drümmende Musik, die sind hier drümmende Musik. Die ist im Tremenskap und der Kamm mit dem Kamm. die einen Kran runtergeholt einen Kran und wenn das so wird die letzte Barrikade nachher werde ich das sagen wenn die geräumt sind werden die das so absichert und große Schwierigkeiten sind mit dem LKW die die da sehen eine davon sehen sie da das ist von Greenpeace Greenpeace weigert sich in diese LKW wegzufahren schon am Sonntag wollte das auch die Polizei auch einen Support hier Support Keine Räume und die 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 Räumungsmaschine die kommen jetzt mal näher näher also wie heute noch wir sitzen hier auch für eure Kinder das ist Skandinavien das ist Skandinavien schön mit dir wie bitte ja weitere Leute da meinen Kanal gewinnen wenn ich tausend habe hier auf youtube dann kann ich auch auf Facebook wo ich fast 10.000 Abonnenten habe hier sind noch nicht die tausend haben noch nicht von heute und den 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 den